So, ich bin hier mit der Francesca in der ominösen Waldstraße 95 in Neu-Isenburg. Das ist der Geburtsort oder das Haus, wo Andreas gelebt hat. Ja, schöne Grüße an Anna. Du hast dir das gewünscht. Ciao, Anna! Und ja, ich zeige einmal das Haus. Ja, so sah es ja aus. Und ja, wir wünschen uns alle, dass du noch hier wärst. Viel Freude bei Wish You Were Here. Wish You Were Here. vendense tome Vierge 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 Fringe Fins Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 wish you again Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017